keine musik warum keine musik keine ahnung aber ich habe angst vor dem level ich weiß nämlich jetzt nicht was auf mich wartet oh god oh god eisige plattform oh wie schwer ok wir können stehen bleiben ach man ok save ok sorry wenn ich jetzt sehr wenig spreche aber das level und dann noch mit dieser blöden eisphysik ist ne sache nein natürlich ne oh god das ist echt ein wettrennen mit dieser scheiß plattform wow warte mal kurz und jetzt nach unten und nach unten und wieder hoch hoch das klappt nicht ok nein doch das klappt doch ach natürlich natürlich dann wenn man es nicht erwartet ne vorsicht 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 das könnte rutschig sein ah 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 ich schaff das hahaha ich will nicht groß sein glaube ich ne wartet mal ich weiß aber dass das gerade so ganz knapp funktion wartet mal kurz was kommt denn jetzt oh god münzen folgen münzen folgen münzen münzen folgen münzen folgen münzen folgen rückspulen münzen münzen oh god wir können hier nicht springen und ich weiß noch einmal möchten wir den münzen nicht folgen das war ich hier nicht ganz das war jetzt hier gleich natürlich da war ja was kommt schon jetzt nicht mehr folgen ich muss ich muss den münzen aber erst mal folgen noch ein stück lang das ist aber anders als das aber anders als ich in erinnerung habe so okay die stelle ist echt fies ist aber wirklich anders als ich in erinnerung ok 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 das ist jetzt wieder so eine scheiß timing sache okay warten wir noch eins ab komm stellen wir uns mal so nah wie möglich jawohl 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 und cool und cool nein und cool und cool und cool nein uncool uncool nein extrem und cool extrem und cool extrem und cool extrem und cool Ach, komm schon. Du musst doch jetzt mal ein richtiger Zeitpunkt zustande kommen hier. Wenn er zurückkommt am besten, ne? So. Jetzt. Oh, komm schon. Ist der so scheiße abgepasst? Natürlich, der ist so scheiße abgepasst, dass ich den... ...jetzt irgendwie treffen muss. Okay. Halt die Fresse, Chuck. Oh, nö. Jonglieren. Jonglieren. Balancieren, besser gesagt. Natürlich. Natürlich verhaspel ich mich da. An so einer Stelle verhaspel ich mich wieder. Das ist doch so typisch, Foxy. Das ist doch so typisch für dich, Foxy. Du bist so ein Kack-Buhn. Boing. Boing. Boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Nein. Huh. Yeah. Huhuhuhu. Wisst ihr, was jetzt kommt? Absolutes Lieblingslevel. Glaube ich. Bis dann. Bis morgen. Euer Mr. Mr. Nightfox. Ich verliere keine Worte drüber. Ich verliere einfach keine Worte drüber. Ich mag es nicht. Wohoho. Der war gut. Der war gut. Das müsst ihr zugeben. Der war gut. Der war jetzt echt blind. Oh Gott, es laggt. Jetzt. Jetzt. Oh fuck. Ich glaube, hier sterben wir. Ja. Okay. Back. Ich muss so nah wie möglich ran. Und. Wenn einem die Lava hier ja nicht so aufhalten würde. Komm, warten wir noch eins ab. Vielleicht ist dann. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh yeah. So. Was kommt jetzt? Oh Gott. Nein. Seriously? Und ein bisschen Anlauf. Wenn die Lava unten ist. Nein. Und... Okay Jetzt Nein Jetzt Jetzt Du musst auch springen, Mario Na komm schon Das ist so eine scheiß Timingsache Ich hasse Timingsachen Nein Jetzt 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 Nein Nein Ja Ja, ja, ja Oh ne Zurück, zurück Zu Natürlich 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 Ach, natürlich Ey, schon wieder verpasst Jetzt Nein Ich hatte es doch schon Safe So Down Oh nein Blarg Wuhu Wuhu Oh Warum bei jedem verkackten Sprung Diese scheiß Invisible Coinblocks Jetzt Jetzt Ach, scheiße Das muss ich mit mehr Anlauf machen Lauf mal ein bisschen schneller Jetzt Jetzt Ach Ach, natürlich Es reicht nicht Es reicht einfach nicht Es reicht erst recht nicht Das könnte reichen Warum Ja, geht doch Oh Oh So Jetzt Muss es schnell gehen Zack So Oh man Wisst ihr was Wir machen das Video noch Äh Ne, das kannst du vergessen Wir machen das Video noch eigentlich Ne Sollte das erst morgen dran kommen Ich häng's jetzt hinter das letzte Level dran Weil das letzte Level ja doch Recht kurz war Beziehungsweise Ja Weil's recht kurz war Womit ich selbst nicht gerechnet hätte Okay, okay, okay Wir müssen den richtigen Zeitpunkt abpassen Jetzt saven wir Und Jetzt gehen wir nach unten Nein Jetzt gehen wir nach unten Gehen wir auch einfach so durch Es funktioniert, aber es dauert zu lange, ne Ja So geht's aber auch Okay So, jetzt kommt der witzige Part Double Lava Oh Nose Okay Wir warten, bis die Lava wieder nach oben geht Und dann warten wir, bis die Lava wieder nach unten geht Und dann Zack Lassen wir uns klein werden So Nein So Oh Gott Oh Gott Oh Mann Diese Zeit Probleme Nein Oh komm schon Blöder Fisch Dieser Fisch Ja Oh Gott Beeilung Ich muss dieses Pride Limitation Ausnutzen Okay, okay Warten Geht gerade nach unten Und wieder hoch Ähm Okay Blark Komm Oh Gott Das könnte jetzt Sehr Beschießen werden Oh Gott Blark Blark Oh Nein Oh Gott Oh Gott Komm Swooper aktivieren Ab auf den Swooper Nein Swooper aktivieren Ab auf den Swooper Jawohl Und dann Nehmen wir Den Block mit Machen wir das Ganze so Kommen wieder auf die Plattform Schnappen Okay Schnappen uns so schnell wie möglich Yoshi Wartet mal Haha Nicht runterfallen Und Ach Nein Nein Und auf der anderen Seite auch Ne Nicht Komm schon Oh diese Sprite Limitation Und Delfine Wir alle mögen Delfine Und Fische Fische mögen wir auch Natürlich 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 Wenn es nicht der Fisch ist Es ist der nächste Oder der Übernächste Oder der Überübernächste Dann sind es die Delfine Wenn es nicht die Fische sind Oh Hahaha Bis zum nächsten Mal Bis morgen Das hat mich jetzt Die zwei Level Habe ich jetzt fertig gemacht Bis dann Ciao Jetzt aber wirklich Ciao Ja